Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zu Matzes Podcast Nummer 4. Ja, ich weiß, ich habe eine endlos lange Zeit überhaupt keinen Clip gemacht und jetzt bringe ich da den dritten innerhalb kürzester Zeit. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe, was dieses Thema angeht, einfach Blut geleckt. Es macht mir mega Spaß, einfach nochmal über das eine oder andere mit euch zu sprechen und insbesondere in den Kommentaren darüber zu diskutieren. Dementsprechend freue ich mich jetzt auch schon sehr über eure Meinung, zu dem, was ich jetzt sagen werde, denn ihr habt bestimmt im Titel schon erkannt, um was es geht. Klement, Zulinski und Kral. Drei Spieler, die ich eigentlich in meinem Nachwort nach dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg, entstand 3 zu 3, ich kann es immer noch nicht fassen, erwähnen wollte, aber irgendwie einfach total verpeilt habe und das Ganze jetzt einfach nochmal kurz mit euch aufrollen wollen würde, möchte, können. Ihr hört ja zu, also ihr müsst zuhören. Und jetzt also zuallererst Klement. Ich habe nach dem Spiel gesagt, dass er mir nicht so gefallen hat und lasst mich diesen Gedanken kurz etwas weiter erläutern, als ich es dann im angepinnten Kommentar unter dem Stadion-Vlog getan habe. Also, natürlich weiß ich, dass Klement an allen drei Treffer beteiligt war. Ich weiß auch, dass er, ich glaube, eine 1,5 von der Betze brennt unter dem Kicker oder so auf jeden Fall als Spielernote hatte und dass damit er der herausragendste Spieler auf dem Feld war. Hey, gehe ich fit? Kann ich verstehen? Er hat die drei Tore maßgeblich mitgestaltet, beziehungsweise das dritte ja sogar selbst reingedonnert, mit einem wirklich wunderschönen Freistoß. Aber jetzt kommt der Punkt, weswegen ich mich etwas über ihn geärgert habe. Und zwar finde ich es doch etwas frustrierend zuzusehen, wenn ein Spieler den Ball am Fuß hat, ihn abgenommen bekommt, so der 1. FC Nürnberg einen Konter fährt, eine 4 zu 3 Situation für die Gastgeber entsteht und Klement dem Spieler einfach hinterher schaut. Leute, ich verstehe, dass es, ich sag mal, laufstärkere Spieler in unseren Reihen gibt. Ich verstehe auch, dass es viele gibt, die da wesentlich mehr Biss zeigen wie, was weiß ich, Zimmer. Der wäre da von der Eckfahne hinterher gerannt. Und ja, ich weiß, dass auch Zimmer gerade immer mal wieder in der Kritik steht. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, dass mich das bei Klement echt frustriert hat. Er verliert den Ball und tut einfach nichts dafür, ihn wieder zu erobern. Und das fand ich einfach sehr, sehr schade. Und bitte, versteht mich jetzt nicht falsch, Klement ist ein sehr, sehr cleverer Stratege, der wirklich spielentscheidend sein kann. Aber, und dementsprechend entschuldige ich mich an dieser Stelle ganz, ganz deutlich, für das Gesagte im Nachwort, denn das klang doch harscher, als es eigentlich gemeint war. Es war für mich halt einfach nur extrem frustrierend, zu sehen, dass jemand den Ball abgenommen bekommt, so eine wirklich ungute Situation entsteht, die ja glücklicherweise nicht zu einem Tor führte, aber dann einfach nichts dafür getan wird, den eigenen Fehler wieder auszubügeln. Das hat mich dann doch wirklich geärgert und das habe ich auch in der jüngeren Vergangenheit das eine oder andere Mal gesehen. Nun wurde ich auch öfters gefragt, wie ich die Situation zwischen Schuster und Klement einschätze. Das ist wirklich sehr, sehr schwer für mich, denn ich bin eben nicht drin, genauso wenig wie die aller, allermeisten. Und die Aussage, dass es nicht der FC Klement oder der FC Schuster ist, was ja Dirk Schuster nach der Partie sagte, das zeigt doch irgendwie schon, dass da irgendetwas im Argen liegt. Jetzt möchte ich hier aber nicht irgendwelche Gerüchte oder Ähnliches aufbringen oder irgendwelche Gerüchte, die ich gehört habe, irgendwie breit treten, denn ihr wisst, wie ich mit derartigen Gerüchten einfach umgehe. Jetzt habe ich sehr oft Gerüchte gesagt, aber das passt, denke ich, umgehe. Und zwar, ich warte, bis da irgendwie etwas Spruchreifes rauskommt, denn ansonsten reden wir uns die schnussbrunzlig, wie wir bei uns so schön sagen, und es kommt eh nichts dabei raus. Es scheint aber wirklich irgendwas im Argen zu liegen. Ich hoffe aber, dass Dirk Schuster einfach nach Leistung entscheidet und dann eben auch dementsprechend die Aufstellung wählt. Und da kommen wir schon zum nächsten Spieler, und zwar Solinski. Was er von Schuster weiß, kann ich nicht sagen. Es muss aber irgendwas total Geheimes sein, mit dem er Dirk erpressen kann, denn eine andere Erklärung, warum er einfach jedes Mal in der Startelf steht, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass er immer wieder gesetzt wird, denn, naja, ihr habt es gesehen, in der Anfangsphase des Spiels, neunte, zehnte Minute ungefähr, knallt er dem Gegenspieler abseits des Geschehens den Oberarm auf den Hals und, ja, sieht dafür nur gelb. Also ganz ehrlich, das müsste eigentlich eine rote gewesen sein. Was der VAR da dann gesehen hat, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall, das geht halt gar nicht klar, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und das tut mir auch einfach leid für den Gegenspieler. Ihr wisst, ich stehe auf ein körperbetontes und leidenschaftlich kämpferisches Spiel, aber nicht auf so eine Art. Also das geht halt echt einfach zu weit. Aber jetzt zurück zur Allgemeinleistung von Solinski und da muss ich euch sagen, ich kann halt ihn nicht mal im allergeringsten irgendetwas abgewinnen. Vielleicht gibt es da irgendeine spielerische Qualität, die ihr in ihm seht, die ich aber einfach übersehe. Deswegen nochmal bitte unten in die Kommentare einfach reinschreiben, was ihr denkt. Denn, naja, für mich ist er halt einfach aktuell kein wirklich guter Spieler. Und Alternativen hätten wir, ja. Aber warum die nicht gesetzt werden, das steht irgendwie in den Sternen. Ich weiß es, wie gesagt, einfach wirklich gar nicht. Und ich kann es halt auch leider nicht verstehen. Also mein Fazit zu ihm, keine sportliche Höchstleistung und auch noch unfair obendrauf. Also das geht gar nicht klar. So, kommen wir jetzt aber zum Einstand von Kral. Das allererste Mal, dass unser dritter Keeper in der zweiten Liga auf dem Grün stand. Und dann muss es auch gleich noch so ein Spiel sein gegen einen Kontrahenten, der uns am Schluss drei Tore einschränkt. Beim 1 zu 0 war er wirklich chancenlos. Da hätte man aber auch im Vorhinein etwas mehr an den Ball gehen können. Er war aber auch dann auch am Schluss gut geschossen. Das sage ich jetzt einfach mal so, ne. Beim 2 zu 0, wer hätte gedacht, dass Nürnberg jetzt am 31. Spieltag auf die Idee kommt und sich denkt, hey, scheiße, Mann, aus Ecken kann man Tore machen. Digga, lass das mal probieren heute. Das klappt ja. Denn gefühlt haben die einfach 3624,3 Ecken in dieser Spielzeit gehabt und nicht eine einzige davon verwandelt. Das ist halt einfach unfassbar krass, dass er dann da auch noch so alleine gelassen wurde. Denn auch das hätte man irgendwie etwas besser verteidigen können, schrägstrich müssen. Ja, und beim 3 zu 0 kann ich einfach nur sagen, das war suboptimal verteidigt. Also klar, er hätte da seine Positionierung vielleicht etwas besser wählen können. Aber Leute, der Ball kam von der linken Seite von ihm ausgesehen. Er wurde auch noch durchgelassen vom Nürnberger. Dementsprechend sehr, sehr schwer einzuschätzen. Also, es tut mir einfach mega leid, dass er so einen Einstand hatte, denn er hätte definitiv einen besseren verdient gehabt. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass der Name von Lute nicht in Stein gemeißelt an erster Position ist. Denn bei ihm habe ich auch so das eine oder andere Problem. Er ist ein wirklich guter Keeper, aber mir geht halt einfach unglaublich auf den Piss, dass da jeder zweite Ball einfach zurück ins Feld prallen gelassen wird. Das ist keine wirklich gute Option, Bälle zu verteidigen, beziehungsweise man sollte sie ja eigentlich festhalten, um dem Gegner nicht auch noch die Chance des Nachschusses zu geben, was wir auch schon leider zu oft gesehen haben. Und das ärgert mich halt einfach unglaublich. Dementsprechend hoffe ich wirklich sehr, dass Baidsch und selbstverständlich auch Kral im Training alles dafür geben, um ihre Qualitäten weiter auszuarbeiten, damit sie auch in der Zukunft eine Rolle bei den Roten Teufeln spielen. Und bitte versteht das jetzt nicht als Gebäsche gegenüber Lute, aber Konkurrenz belebt eben das Geschäft, ihr versteht. Denn die kommende Spielzeit wird unglaublich schwer, aber nochmal, ich vertraue auf unser Team, auf unseren Sportchef und darauf, dass eben Hängen ein ordentliches Team zusammenstellt und dass auch die nächste Saison erfolgreich sein wird, wenn auch nicht so erfolgreich wie die aktuelle, beziehungsweise die Hinrunde in dieser Spielzeit. Denn, ja, in der zweiten haben wir doch abgebaut, aber da gibt es ganz, ganz viele andere Gründe. Drittligakader ein Stichpunkt. Natürlich ausgepowert sein nach einer derart grandiosen Leistung in der Hinrunde. Wir werden nicht mehr unterschätzt und so weiter und so fort. Und kommt jetzt bitte nicht irgendwie mit Schiedsrichterglück oder sonst irgendetwas, denn da gab es auch viel zu viele Entscheidungen, die umgekehrt gelaufen sind. Und ist es denn wirklich Glück, in der 95. Minute einen Freistoß auf diese Art unterzubringen? Ich weiß es nicht, ob das wirklich nur Glück ist oder können. Also Leute, vertraut auf unser Team und auf die Vereinsführung. Denn so gut, wie sie aktuell arbeiten, hatten wir schon wirklich lange nicht mehr. So, jetzt wünsche ich euch aber noch eine schöne Restwoche. Am Samstag geht es dann auf Deutschlands höchstem Fußballberg im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Wir sind selbstverständlich schon wieder frühzeitig am Start. Ich denke, dass ich wieder um 9 Uhr oder sowas im 12. Mann sein werde und dann an die Betzebude und dann geht es weiter. Ich freue mich einfach mega drauf. Heimspiel wieder. Einfach geil. So Leute, jetzt aber wirklich habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, eine gute Nacht. Wie auch immer. Passt auf euch auf. Bleibt vor allen Dingen gesund. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Blog.